So, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play GTA 4 und, äh, wo sind wir denn? Joa, ich hab mir heute mal was überlegt. Und zwar, wir stehen hier jetzt auf einem wunderschönen Dach über den Straßen von Liberty City. Wir können da mal runtergucken. Nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Äh, dann wird die Folge direkt mal mit dem Fail anfangen. Ähm, da unten sehen wir so ein paar Autos fahren. Das ist die Stadt und ich hab mir überlegt, wir machen heute mal einen kleinen Kurs mit dem Heli und gucken, was uns so erwartet. Vielleicht landen wir mal zwischen. Wie man hört, ist der Heli schon ein wenig beschädigt. Also vielleicht holen wir uns nochmal schnell einen neuen Feuer. Aber erstmal sollten wir die Polizei loswerden. Wer unsere vorherigen Parts kennt, weiß, dass wir nie wirklich ohne Polizei irgendwo hinkommen. Ich glaube, im Heli können wir die gar nicht loswerden. So wie es aussieht. Ah, da kommt auch schon ein Kumpel-Polizei-Heli. Tach, wow, wow. Übertreibt's nicht. So, ich werd mal eben hier landen und eben versuchen, einen neuen Heli zu bekommen. So, das könnte knapp werden. Dann ist endlich auch dieses nervige Piepen vorbei. Einmal sanft gelandet. Wow, wow, wow. Vielleicht nicht ganz so sanft, aber... Okay, das lassen wir, glaube ich, lieber. Aber den hier... Hallo? So, jetzt ist dieses nervige Piepen endlich vorbei. Und wir können hoffentlich mal eben ein bisschen fliegen. Ohne direkt wieder abzustürzen. Oder kurz davor zu sein abzustürzen. Ohne direkt wieder abzustellen. Bis mal rein. Ich glaube, ich stelle einfach mal zur Atmosphäre das Radio ein bisschen lauter. Was ist das denn? Zuckerfabrik? Das war sehr schön, wie die Lichter hier blinken, damit man nicht gegenfliegt. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem hinkriegen, aber... Ich glaube, wir landen hier mal. Damit wir noch ein bisschen was... Oh, oh, oh ja. Damit wir auch noch ein bisschen was erleben heute. Springen mal raus, sonst stirbt der Heli gleich wieder. Ich mag diesen Hafen irgendwie total gerne hier. Dieses Industrieviertel insgesamt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen diesen schönen Wegen da oben, aber ich komme gerade nicht drauf. Oh. Wachmänner sind ganz schlecht im Moment. Lad nach, lad nach. So, jetzt gucken wir mal, wo uns der Weg denn hinführen wird. Ich werde mir mal auf professionelle Art einen Weg freispringen. Ach, voll daneben. Ah, ne, hat sogar geklappt. Aber da liegt jetzt noch einer, so. Mal sehen, vielleicht haben wir hier gerade ein Auto parat irgendwo. Der Heli nervt nur ein bisschen. Mal sehen, ich wage es mal. Vielleicht treffe ich ihn, ja? So werde ich ihn garantieren nicht treffen. Okay, der fliegt jetzt weg. Komm, komm, komm. Oh, da kommt schon SWAT. Oh, hier ist ein Hammer. So einen will ich haben. Hier, komm. Komm, den kriegen wir. Nein, nein, nein. Irgendwie, ich werde den Wagen haben. Ja. Oh, ein Platter. Nein. Hier, sowas kann man damit nämlich machen. Sowas Schönes. Also, der Wagen ist wirklich... Oh, ja. Ja, sowas kann man damit auch machen. Meine Fahrkünste. So langsam wird es aber viel hier. Aber da ist jetzt zu viel SWAT. Das... Das schaffen wir nicht. Das war natürlich wieder... wieder nötig, gegen diesen Baum zu fahren, ne? Ah, jetzt qualmt die Karte schon. Oh, und noch ein Platter, genau. Ja, noch zwei. Komm. Komm, gönn dir. Ja, noch ein dritter Platter, oder? Ne, doch noch nicht. Vielleicht schaffen wir es ja uns so schön... Wow. Hey, das lasse ich lieber. Aber wir brauchen mal einen neuen Wagen. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird schlecht ausgehen. Oh. Aua. Oh. Habt ihr das gesehen? Ach, du Scheiße. Das war jetzt echt mal geil. Okay. Komm, komm, beeil dich. Nein. Nein. Okay, das war's mit uns. Okay, ich mein... Wir hatten auch genug Fun für diesen Part, also... Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.